Ist das das Ende von Vapes und festen Handy-Akkus? Denn die EU hat nun eine neue Batterie-Verordnung beschlossen. Darin ist vor allen Dingen geregelt, dass Batterien nicht fest verbaut sein sollen. Zudem soll jeder Mann sie austauschen können. Und zwar auch du. Ich heiße Marvin. Ja, auch du Marvin. Und das dürfte dazu führen, dass ein Weg-Vapes aussterben. Weil die Umstellung für die Hersteller einfach zu teuer wird. Auch die Handy-Akkus müssten dann grundsätzlich austauschbar sein. Es gibt aber einen kleinen Haken. Denn Geräte, die für eine feuchte Umgebung konzipiert wurden, sind davon ausgeschlossen. Wird also plötzlich jedes Handy wasserdicht werden? Weil wir auch alle da mitschwimmen gehen wollen, ne?